hallo ihr lieben und juhu vom guru heute nicht aus berlin auch nicht aus hamburg sondern aus amsterdam denn ich fliege ab morgen für zwei wochen in den urlaub und ich habe eine kleine ankündigung für euch die erste große ankündigung habt ihr ja schon mitbekommen oder am 10 10 dieses datum solltet ihr euch auf jeden fall merken ansonsten schaut mal kurz in meinen youtube shorts vorbei da werdet ihr es auf jeden fall noch mal sehen was am 10 10 ist und die ankündigung im urlaub die teile ich jetzt weil ich jeden zweiten tag ein video hochladen werde ich habe früher wirklich mal jeden tag video vor produziert das ist dann aber so viel arbeit geworden dass ich im urlaub meistens so im arsch war dass ich mich davon ist mehr holen musste von den ganzen vor produzierten videos jetzt habe ich aber gedacht wenn ich schon jeden tag nur jeden zweiten tag ein video hochlade dann soll es was besonderes sein und es ist nämlich genau das was ihr euch in der letzten zeit auch immer wieder gewünscht habt es sind zu 90 prozent nämlich fertig gerichte und klassisches deftiges junk food das gibt es jeden zweiten tag und es könnte vielleicht auch sein dass ich den ein oder anderen snack vielleicht noch direkt aus dem urlaub vorstelle das könnte auch noch der fall sein also morgen geht das erste video los dann gibt es donnerstag eine pause dann gibt es freitag ich komme mit den tagen immer so durcheinander also wenn ihr dieses video hier seht dann kommt auf jeden fall am nächsten tag noch ein video dann gibt es einen tag pause da kommt wieder ein video dann wieder einen tag pause und dann wieder ein video und das geht so lange bis zum 13 oktober da geht es wieder zurück und bis dahin haben wir uns auf jeden fall garantiert noch mal in den kommentaren hier geschrieben ich freue mich über eure treue und mal schauen wie weit wir kommen mit den videos ich habe meine echt viel mühe gegeben und ich weiß ja auch fertig gerichte die knallen immer so schön rein ich habe da wirklich geile sachen für euch ausgesucht einiges habt ihr bestimmt schon vermisst anderes werdet ihr dann endlich auch hier auf meinem kanal sehen und damit ihr nichts verpasst habt ihr bestimmt schon gemacht hier den kanal abonnieren daumen nach oben und dann sehen wir uns im nächsten video wieder ihr lieben tschüssi und dann sehen wir uns im nächsten video